Ja, sehr gut! Wir reden gleich durch. Das ist doch nur noch aufhändiger, ja? Das gibt's doch gar nicht. Normal benehmen! Nein, es hört! Nein! Hör auf! Wollte ein Zykyo? Nein! Monsens! Monsens! Pass auf! Michael, wahnsinnig, wahnsinnig Michael! Kann man so sagen, ja! Moins! Kann man so sagen! Das ist alles wahnsinnig! Ich bin nicht! Ich tue nichts! Dankeschön! Das gibt's doch! Namen vergessen, Namen vergessen, Namen vergessen, Namen vergessen, Namen vergessen! Das ist besser, du! Antibu! Antibu! Nein! Der Name ist doch leichter zu merken! Antibu ist klasse! Antibu! Antigeist, sei doch froh! Was ist sie? Eine, drei, drei, drei! Oh, Tim! Ich bin ganz ruhig! Noch, kann sich von mir spät! 5, 4, 3, 2, 1, zu spät! Antibu! Antibu! Tim! Mann! Wusch! In Gesellschaften, das ist drei Personen, ist die keine fünf Sekunden ruhig! Das ist nichts Neues! Okay, für Steffi wäre das was Neues! Ja gut! Komplett andere Gesellschaft, ja! Oder sie hat im Chor eine Pause! Das ist... Wo man schafft es dann da wirklich ruhig zu sein? Ähm, nicht weil Laura in der Nähe ist! Und das ist Antibu! Antibu! Wann ich mal im Aufschritt? Ja! Na, bin ich leise! Antibu! Schnerp! Maaaaaah! Ja, die haben die Oma! Und die Oma! Geh ruhig zu der Schliff! Geh ruhig zu der Schliff! Sie war das perfekte Modell für die Kamera! Schon seit einer halben Stunde! Aber egal! Von Mama zu klauen, diehe zu verteilen, so Beruhigenspill! Das ist eine Idee wo! Die können, die können ja ... Also die können eine umgekehrte Wirkung haben! Ah! Lidia, komm mal her. Antibu, am Platz. Lidia? Lidia? Du brauchst den Opfer gleich Antibu. Nein, Alter, mach es hier. Du hast die Kamera nicht erfasst. Sie ist wieder da. Ja, sie war gerade weg. Du warst weg. Sie war weg. Wir haben sie vertonisiert. Unglaublich. Darf ich dich entschuten? Ich glaube, wir müssen mal wieder zu, ne? Du kannst es ausprobieren. Wenn du einfach eine Karte tiefer sitzt, dann machst du das. Und tschüss. Das war die Mierze. Das war die Mierze. Das war die Mierze. Das war die Mierze. Antibu. Lidia? 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 Nein, das meinte ich damit nicht. Ich meinte nur, du sollst dich abreagieren. Wie dann? Das geht doch gar nicht.